Da krieg ich mir das für ins nächste Mal. Eigentlich sieht das gar nicht so schwer aus. Hier gibt es nicht so viele Gegner und so, es ist nur halt rutschig. Hehehe, lol. Ja, die sagen lol. Guck mal, die im Feuer. Verdammt. Wieso können die sowas? Die haben die Großen eigentlich so komische Augen. HA! Also ich will mal unbedingt wissen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Weil sie dich dann besser sehen können. Mit Schlitz-Augen. Ups. Ja, mit Schlitz-Augen. Na, ist zu bisschen, Alter! Ist das was gegen asiatisch angehauchte Tiere? Nein. Ich hätte jetzt auch fast nicht, äh, nichts anderes hören wollen. Ich meine, sonst gibt es ja auch hier keine asiatischen Tiere, oder? Asiatisch angehauchten Tiii- Ja. Äh... wenn ich am verkacken bin, dann zieh ich manchmal die Wörter sehr sehr lang. Merke ich daaaaaaaaaaaaaaah. Was soll ich mit dem scheiss? Ding hier! Lustig! Münzen. Münzen, Münzen, Münzen. Tot. Oh, und ich werde die runter, nur. Wir sind doch nur hier und Wendy zu besuchen. Oh Wendy, willkommen und fahren dich zu Pappe. Zu Pappe? Hey Mann, mach doch mal wie eine normale Ebene hier. Was war das? Ey, ich will so ein Fly-Sheet und dann rüberfliegen. Jetzt war alles so cool. Ich brauch keinen Aschi. Ich brauch keinen Aschi. Ich brauch keinen Aschi. Ich hab's vorher gesagt, dann hätte ich ihn noch holen können. Der geht ins Zimmer. Pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Dazu bin ich zu unterrichtet. Äh, Luigi! Äh, Yoshi! Hä? Was war ich denn? Hä? So, jetzt aber. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Den bin ich nicht. Och, Manno, stell dich nochmal vernünftig an. Ich bin schon weiter willkommen. Ah, wir haben ein Level schon geschafft. Immerhin. Immerhin, ja. Für 30, 40 Minuten. Ja, das ist schon sehr viel. Oh. So meintest du das ungefähr? Au. Ui! Oh! Da kommt ja noch ein Abgrund, scheiße. Ja, da war ich auch schon. So meinte ich's, ja. Kann man wohl nur mit Mario bzw. Luigi dann über die Koopas-Toba? Du brauchst ein bisschen Anlauf. Du brauchst ein bisschen Anlauf. Ja. Versuch's. Ja. Ich hummel, glaube ich, doch erstmal noch. Yoshi. Das wäre dann schon sehr skillig, wenn ich das schaffen würde. Das war jetzt gerade die Partie mit Luigi, das war jetzt wie beim Golf oder so. Wenn du genau richtig schlägst und es mit den Banden genau ein Hole in One wird. Oh, 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 treff, treff. Ja, und dann bist du auch letztendlich im Hole gelandet, ne? Ich bin Meister, da bin ich taffer. Manchmal dämlich, manchmal echt klug. Und nachdenklich. Obwohl die Nähmlichkeit etwas überwiegt. Die Pause war gewollt. Yoshi! Wie schaff ich's ja ohne Yoshi besser? So nicht. Fast. Fast. Fast, fast, fasten kannst du später. Und wenn wir mein Level nicht schaffen, gibt's immer noch ne Möglichkeit, das Offscreen zu machen. Äh, ne. Also ich will jetzt nicht sagen, das war's jetzt schon. Da hab ich was streckt gegen. Da gab's ja mal ne Folge. Ach, was? Die hab ich mir nie angeguckt. Du warst live dabei. Ich hab's mir nie angeguckt. Ich muss ja mithören, ich hab's ja nicht gesehen. Oder hab ich's gesehen? Egal. Du hast sie gesehen. Reden wir über ein anderes Thema. Reden wir über diese andere, die mich gerade hier... Ja. Huihi, huihi, ich komm noch rüber. Ja, ist klar. Ja, wenn das zu hoch ist, dann trifft dich das auch. Das ist verdammt logischer Scheiß. Ich freu mich schon aufs Wasserlevel. Bei... Hier ein Wasserlevel. Da beim Fuck. Hier nach! Oh. Also, nach dem Ländchen hier. Wie heißt das denn dann? Oder wie? Ich... Ice-Cream. Ice-Cream-Bar and Shooting Star... Das kennen die Zuschauer nicht, das sind die Zahlen. Oh! Ja! Oh! Oh! Super! Komm! Nein! Wieso gibt's hier kein Checkpoint? Schafft das! Ich will ihn hier unter Dritt setzen, aber schafft das! Nein! Nein! Es ist verlockend, da sind zwei gelbe... Blöcke... Padam! Blöcke, Grö... Blöcke, Göööööööööö... Gib's denn nicht so eine Zeit-Zurückdreh-Funktion? Ja. Wir sterben, einfach nochmal zurückdrehen und nochmal probieren. Uuuuuh, jetzt kommen die schon wieder. Ablenkung. Haha. Damit haben sie nicht gerechnet. Wie hast du es denn jetzt gemacht? Wie immer. Wie immer. Es hat sich währenddessen du das gemacht hast ganz anders angehört. Das war's Kill! Hört sich jetzt zwar komisch an, aber das hat einen gewissen Rhythmus irgendwie gehabt gerade. Ungefähr so. Boah, sie ist gerade verkrampft hier. Aber du hast es gehabt. Aber ich habe auch Yoshi verloren. Hä? 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 Ist das andere Level geschmolzen oder was? Nein, das ist das mit der Zeit. Und mit den Münzen. Hat er doch gesagt? Der Block. Achso, wenn du in einer gewissen Zeit das geschafft hast, dann kommst du in das Level oder was? Ja. Also es gibt zwei verschiedene... Hä? Oh, 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 oh. Ah! Spreng! Schnell! Lauf! Mach was! Wir haben wir geschafft! Ja! Hihihi! Ich werde dafür gespeichern. Ja, ja, ja. Speichern. Gut. Speichern. Gute Idee. Also kurzer Schnitt! Schnitt! Warte eben noch hier gucken. Okay. Schocknitt 1, 3. Jetzt gibt's schon Schnitt. Schnitt! Schnitt! Juhu! Geht weiter! Und da sieht man schon den sechsten Turm. Freude! Hä? Meine Lieblings-Level-Architektur. Ja, das erinnert mich auch irgendwie an dieses eine Level, was wir schon tausendmal hatten. Spielgebobalken. Schmade. Ne. Ne. Das kann ich jetzt vergessen jetzt hören. Ne. 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 Wir müssen jetzt wie öfters laufen, aber dafür am wenigsten ist es sicher, dass wir da sind. So ein Teleporter wäre nicht schlecht. So ein Portal hier und ein Portal da. Da müsste mal einer ein Spiel programmieren und am besten nennt man das irgendwie Portal? Portal? Porto oder so, ne? Lieber auf Englisch, das hört sich wirklich cool an. Portal? Portal! Fighter geht's! Heiter, weiter! Street Fighter geht's! Street Fighter geht's! Street Fighter 4 geht's! Oh! Ja, ich muss mich erst an die Level-Gegebenheiten angewöhnen. Ja, solche Schwebebalken hatten wir jetzt nicht so oft in, ähm, in diesem LP. Nur gewisse 1050 Mal. Focus! Aber diese Balken sind ja neu. Vorher hatten wir Holzbalken. Wir sind halt Gold und... Jetzt sind wir aus... Jetzt sind wir aus... Denkt sich Rosa, jetzt kann man auch mal die Teuren in den Kampf schicken. Okay. Okay. Wenn die schon so weit kommen... So, jetzt hab ich... Du hast ein Level geschafft. Ich hab ein Level geschafft. Jetzt müsstest du wieder ein Level schaffen. Okay. Ach so, Scheiße. Ich ignoriere einfach mal die Röhre da oben. Boden, Boden. Oh, Boden. Oh nein. Hör auf zu stöhnen. Mehlpunkt, Mehlpunkt. Krill. Was soll ich jetzt machen? Ja so. Über den... Über den Kass, äh, über den Block da. Hui! Das war gut. Noch ein Bild. Wie ein Fe... Feber! Annie! Jetzt könntest du drüber... Ich würde erst den Koopa kaputt machen. Und nach dem blauen Koopa erst abspringen. Versuch's. Ah! Wo kommt der denn her? Gute Reaktion. Nach links, nach links. Höh! Höh! Jetzt könnte es etwas problematisch werden. Oh! Kann ich da rein? Da kommst du wahrscheinlich rein, wenn du rausfännerst in den blauen drin warst. Ach, ok. Stimmest du. Schwabbel Guy? Ui, das war f... Gut. Das war blöd. Das war blöd. Das war noch blöder. Ja. Wie viele Leben hast du noch? Wun, 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 wun! Das war eins, ne? Zwei. Eins. Aber du hast den Vorteil vom Checkpoint zu machen Aber ohne Pilz Ja, das ist auch wieder Aber du kriegst da ja einen Pilz Pilze Hallo Du willst jetzt springen, ja Ich hab einfach mal jetzt geschrien Irgendwann als du gesprungen bist, hab ich mal jetzt geschrien Witz Dukel Nein, ich muss auf die Kaaaaaatt Kaaaaaatt Kaa, come over Come over and Come over and kack Und von Booter ist es keiner mehr gehört Nur in Schnellheit Go, go Und wenn solche schlauen Leute auf die Idee kommen, das langsam abzuspielen Und ist regierter Booter Ja, dann kriegen die die satanischen Botschaften mit Keine satanischen Botschaften, was denkst du denn hier? Man kann das ja als Gerücht verbreiten Sollen wir das jetzt nochmal alle Läben probieren und dann... Ja, die die heute machen... Auch wenn das jetzt noch also Ciao Alright, ich bin jetzt los. Ja, ich bin jetzt los.